Moin moin Leute, wir sind auf einem kleinen Fotoshooting unterwegs, hinter der Kamera ist der Daniel und ja, wir wollen einfach nur mal zeigen, wie so ein Fotoshooting ist, einfach ein bisschen, dass die Fotos werden für die Website, für Instagram und so weiter sein und vielleicht ein paar Outtakes zeigen, gucken wie wir das gestalten, dass es auch vielleicht ein bisschen lustig ist. Alla dann. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und gucken, was wir dann für Bilder machen können. Also wir wollen halt so zwei Seiten machen. Wir wollen einmal so die normale Seite von mir machen und dann einmal die Darkie-Seite mit der Maske quasi. Gucken wir, wie das alles rauskommt. Und ihr werdet ja auch immer wieder die Ergebnisse reingeblendet bekommen auf jeden Fall. Alla dann. Bis zum nächsten Mal. 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 Also wir sind jetzt fertig und ja, die Ergebnisse habt ihr ja gesehen. Wir haben uns ein bisschen rumexperimentiert. Wir wissen selbst zu dem Zeitpunkt jetzt, wie es aussieht. Wird auf jeden Fall sehr spannend. Wir haben Lust. Es ist eine sauschöne Gegend einfach hier. Und ja, bis dann.